Nee, nicht wirklich. Nee? Hä? Wir waren da gar nicht anders. Wir waren da vorne wieder gleich. Kommt der Klus? Nein, nein. So über den Kopf blieb ich jetzt. Ja, ist toll. Auf der Tribüne war der nicht, keine Ahnung, was geworden ist. Auf der Tribüne war der nicht genau direkt. Vor einer Seite, die ist von rechts. Wir sind gar nicht weiter reingerahmen, weil wir nicht wussten, ob wir doofen oder nicht.